Ja, wenn ich dann bitte für einen Moment um Ihre Aufmerksamkeit bitten dürfte. Ihr Vater hat mich gebeten, Ihnen auszurichten, warum er Sie heute hierher gebeten hat. Ihr Vater ist schwer krank. Ihr findet das blöd, hier rumzusitzen. So was kann auch nur dir einfallen. Mein Vater ist ein total irres Arschloch. Du möchtest dich als Frau anziehen? Du möchtest als Frau in meine Familie kommen? Was möchtest du denn noch? Wenn man auch noch so ein Vater hat, der so als Vorbild zieht, kein Wunder, dass meine Sexualität gestört ist und mein Beziehungsverhältnis. Pass gut auf, jetzt kommt die Live-Show! Okay? Wer ist das denn? Dein Vater. Mann, ich hasse harte Eier. Ich muss in weiches Eis und es ist mein Tag total im Arsch. Ja, wie soll ich denn jetzt runter? Ach Gott, Scheiße. Wer von Ihnen den Mut aufbringt, das Leiden Ihres Vaters zu beenden, wird Alleinerbe der Mantel-AG. Ich muss das nicht noch hingehen. Entschuldigung.